Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video zur Pfändung einer Schuldnerfremden Sache. Um dieses Video zu verstehen, solltet ihr bereits das vorige gesehen haben. Fassen wir den Fall noch einmal zusammen. Gläubigerin G. hat gegen Schuldner S. einen titulierten Zahlungsanspruch in Höhe von 1.800 Euro und betreibt die Zwangsvollstreckung. Die Gerichtsvollzieherin fändet in der Wohnung des S. einen Gaming-PC, der dem L gehört. Der PC wird öffentlich versteigert. Den Zuschlag erhält D für 1.800 Euro. Die Gerichtsvollzieherin liefert den PC bei D und das Geld, abzüglich der Kosten der Zwangsvollstreckung in Höhe von 100 Euro, bei G ab. Wir haben im vorigen Video festgestellt, dass L von D nicht Herausgabe des PCs verlangen kann. Jetzt geht es um Ansprüche des L gegen G. In diesem Verhältnis ist bereits die Drittwiderspruchsklage des L anhängig. Wir haben diese Situation schon einmal erläutert. Was sollte L tun? Da die Zwangsvollstreckung in den Gaming-PC mit dessen Verwertung beendet wurde, besteht für die Drittwiderspruchsklage kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. Damit die Klage nicht als unzulässig abgewiesen wird, sollte L seinen Klageantrag im Wege der Klageänderung umstellen und von G Schadensersatz bzw. Herausgabe des erlangten Erlöses verlangen. Damit der Verwertung des PCs eine Veränderung nach Rechtshängigkeit eintrat, ist die Klageänderung nach 264 Nr. 3 ZPO zulässig. Erinnert ihr euch noch an das Stichwort für die geänderte Drittwiderspruchsklage? Man spricht von einer verlängerten Drittwiderspruchsklage. Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen sind unproblematisch. Die verlängerte Drittwiderspruchsklage ist eine normale Leistungsklage. In der Begründetheit müsst ihr auf alle denkbaren Ansprüche eingehen. Man kann an vielen Stellen unterschiedlich abbiegen. In der Klausur ist nicht wichtig, zu welchem Ergebnis ihr kommt, sondern dass ihr methodengerecht arbeitet und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ansprüchen beachtet. Haltet euch deshalb an die bekannte Prüfungsreihenfolge. Vertraglich, vertragsähnlich, dinglich, deliktisch, bereicherungsrechtlich. Wir beginnen mit einem vertraglichen Anspruch auf Schadensersatz aus 280.1 zu 41.2 BGB. Voraussetzung ist, dass zwischen L und G ein Schuldverhältnis besteht. Die Rechtsprechung nimmt tatsächlich ein solches vollstreckungsrechtliches Schuldverhältnis in Form einer gesetzlichen Sonderbeziehung an und das leider ohne weitere Begründung. In der Klausur könnt ihr zur Begründung besondere Rücksichtnahmepflichten im Zwangsvorstreckungsverfahren anführen oder aber das Schuldverhältnis mit einer Literaturmeinung als bloße Fiktion ablehnen. Aus dem Schuldverhältnis ergibt sich die Sorgfaltspflicht, die Rechte gewissenhaft zu prüfen, die Dritte an der Sache geltend machen. Der Sachverhalt ist wenig aufschlussreich, ob G diese Pflicht verletzt hat. Es ist gut vertretbar, eine solche Pflichtverletzung anzunehmen. Vertreten müssen wird nach 280 Absatz 1 Satz 2 BGB vermutet. Nach 249 Absatz 1 muss G dann den Wert der Sache ersetzen. Über 254 kann aber berücksichtigt werden, dass es L versäumt hat, nach 771 Absatz 3 Satz 1 769 Absatz 1 Satz 1 ZPO die einstweilige Einstellung der Zwangsvorstreckung zu beantragen. Weiter geht's mit der GOA. Hier kommen sowohl ein Anspruch auf Herausgabe des Erlangten aus 681 Satz 2 667 BGB als auch ein Anspruch auf Schadensersatz aus 678 BGB in Betracht. Prüft selbst einmal im Kopf durch. Die Verwertung des Gaming-PCs fällt in den Rechtskreis des Eigentümers L. Indem G die Zwangsvorstreckung in den PC betreibt, führt sie somit ein objektiv fremdes Geschäft. Allerdings weiß G nicht, dass L Eigentümer des PCs ist. Nach 687 Absatz 1 BGB scheiden Ansprüche aus GOA deshalb wegen irrtümlicher Eigengeschäftsführung aus. Ob G das Eigentum des L fahrlässig verkannt hat, ist für 687 Absatz 1 egal. Nächster Halt EBV. L könnte gegen G einen Anspruch auf Schadensersatz nach 989 BGB haben. Dann müsste im Zeitpunkt der Verwertung des PCs eine Vindikationslage bestanden haben. Ob deren Voraussetzungen vorliegen, kann aber im Ergebnis dahin stehen. 771 ZPO ist im Verstreckungsverfahren lex specialis zum Herausgabeanspruch aus 985 BGB. Dritte sollen während der Zwangsvorstreckung nicht die Herausgabe des Verstreckungsgegenstands verlangen, sondern nur Drittwiderspruchsklage erheben können. Wenn der Anspruch aus 985 BGB ausgeschlossen ist, kann auch keine Vindikationslage bestehen. Merkt euch diese Argumentation. Sie schließt auch eine analoge Anwendung der 989 BGB aus. Die Begründung ist allerdings nicht unumstritten. Man könnte auch argumentieren, dass 771 ZPO nur die Klage auf Herausgabe betrifft, die materiell rechtliche Rechtslage aber unberührt lässt. Wenn ihr euch mit der Mindermeinung für ein EBV entscheidet, müsst ihr auf jeden Fall dessen Sperrwirkung beachten. Damit ihr euch damit nicht herumschlagen müsst, ist es unserer Ansicht nach klausurtaktisch sinnvoller, mit der herrschenden Meinung anzunehmen, dass 771 ZPO das EBV verdrängt. Weiter geht es mit 823 Absatz 1 BGB, der nicht gesperrt ist, da wir das EBV ja gerade abgelehnt haben. Prüft selbst einmal im Kopf. Durch die Zwangsvollstreckung wurde das Eigentum des L verletzt. Die Eigentumsverletzung ist der G auch zurechenbar, da sie die Zwangsvollstreckung nach 753 Absatz 1 ZPO beantragt hat. Fraglich ist, ob die Eigentumsverletzung rechtswidrig war. Es ist gesetzlich gestattet, das Zwangsvollstreckungsverfahren einzuleiten. Das bedeutet aber nicht, dass die Durchführung des Verfahrens nicht zu materiell rechtlich rechtswidrigen Rechtsfolgen führen kann. Die Eigentumsverletzung durch das Zwangsvollstreckungsverfahren ist somit rechtswidrig. Verschulden setzt zumindest Fahrlässigkeit voraus. Letztere liegt nach herrschender Meinung vor, wenn der Dritte sein Eigentum glaubhaft gemacht hat. Hier hatte L aber nur Drittwiderspruchsklage erhoben und sein Eigentum gegenüber G somit nicht glaubhaft gemacht. Es liegt also kein Verschulden vor. Beachtet die Unterschiede zur Prüfung oben, bei der wir das Vertreten müssen, noch nach 280 Absatz 1 Satz 2 BGB vermutet haben. Der Anspruch aus 823 BGB scheidet somit aus. Wir gelangen zum Höhepunkt der Begründetheit. Es geht ins Bereicherungsrecht. Ansprüche aus § 816 Absatz 1 Satz 1 oder 2 BGB scheitern jedenfalls daran, dass die Gerichtsvollzieherin über den PC und auch über den erhaltenen Erlös nicht als Nichtberechtigte verfügt. Warum tut sie das nicht? Die Gerichtsvollzieherin verfügt nicht als Nichtberechtigte, weil der Eigentumsübergang Kraft Hoheitsakts erfolgt. L könnte gegen G jedoch einen Anspruch aus 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 BGB haben. G hat Eigentum und Besitz am Versteigerungserlös erlangt. Ganz kurzer Exkurs. Wenn G den PC selbst ersteigert hätte, lege das Erlangte darin, dass sie gemäß 817 Absatz 4 ZPO von ihrer Zahlungspflicht frei geworden wäre. Jetzt weiter im Fall. Eigentum und Besitz hat G nicht durch Leistung, sondern Kraft Hoheitsakts und somit in sonstiger Weise erlangt. G müsste Eigentum und Besitz auf Kosten des L erlangt haben. Dazu müssten Eigentum und Besitz am Versteigerungserlös wirtschaftlich L zugewiesen sein. Diesen Zuweisungsgehalt könnte 1247 Satz 2 BGB ausdrücken. Nach der Ratio dieser Norm erhält der frühere Eigentümer einer verwerteten Pfandsache das Eigentum am Versteigerungserlös. Durch Ablieferung des Erlöses an G hat die Gerichtsvollzieherin in diesen Zuweisungsgehalt eingegriffen. G hat Eigentum und Besitz am Erlös somit auf Kosten des L erlangt. G müsste beides auch ohne rechtlichen Grund erlangt haben. Woraus könnte sich hier ein rechtlicher Grund ergeben. Ein rechtlicher Grund könnte sich daraus ergeben, dass G ein Pfändungspfandrecht nach 804 Absatz 1 ZPO am PC hatte. Zum Pfändungspfandrecht gibt es zwei Theorien. Eine Mindermeinung vertritt die öffentlich-rechtliche Theorie, nach der die Entstehung eines Pfändungspfandrechts lediglich die Verstrickung voraussetzt. Die Eigentumslage ist demnach gänzlich unbedeutend. Ein Pfändungspfandrecht entsteht auch an Schuldner fremden Sachen. Herrschend ist die gemischt- privatrechtlich-öffentlich-rechtliche Theorie. Nach dieser entsteht ein Pfändungspfandrecht als privatrechtliches Recht des Gläubigers nur an Schuldner eigenen Sachen. Für die herrschende gemischte Theorie spricht, dass sie der öffentlich-rechtlichen Natur der Versteigerung und der privatrechtlichen Natur des Pfändungspfandrechts gleichermaßen Rechnung trägt. Nach der herrschenden gemischten Theorie hatte G kein Pfändungspfandrecht. Somit fehlt es an einem rechtlichen Grund, aufgrund dessen G den Erlös behalten dürfte. Zu diesem Ergebnis gelang ein wenig inkonsequent allerdings auch Vertreter der öffentlich-rechtlichen Theorie. Das Pfändungspfandrecht entstehe zwar auch an Schuldner fremden Sachen, berechtige den Gläubiger aber materiell-rechtlich nicht zur Verwertung der Sache. Im Ergebnis müsst ihr zum Streit zwischen öffentlich-rechtlicher und gemischter Theorie also keine Stellung nehmen. Teilweise wird in der Literatur versucht, auf unterschiedlichen Wegen doch einen Rechtsgrund zu konstruieren. Dagegen spricht aber, dass sich dann der unbeteiligte Dritte sein Geld vom Schuldner zurückholen müsste, der selten zahlungsfähig sein wird. Das ist eine unbillige Verlagerung des Insolvenzrisikos. Außerdem würden Sicherungsmittel, wie das Sicherungseigentum oder der Eigentumsvorbehalt, entwertet, wenn es nach der Zwangsvorstreckung nur noch Regressansprüche gegen den Schuldner gebe. Somit liegt kein Rechtsgrund vor. Wenn man oben mit der Rechtsprechung bereits einen Anspruch aus 280 Absatz 1 Satz 2 BGB angenommen hat, ist der Streit über den Rechtsgrund wirtschaftlich irrelevant. Es kann aber auch Fälle geben, in denen sich der Gläubiger nach 280 Absatz 1 Satz 2 BGB entlasten kann. Dann entscheidet der Anspruch aus 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 BGB über alles oder nichts. Im Ergebnis geht der Anspruch aus 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 BGB, durch. Fraglich ist, in welcher Höhe er besteht. Der PC wurde für 1800 Euro versteigert. Die Gerichtsvollzieherin hat jedoch die Kosten der Zwangsvorstreckung in Höhe von 100 Euro einbehalten und nur 1700 Euro bei G abgeliefert. Was meint ihr? Muss G für die fehlenden 100 Euro gemäß 818 Absatz 2 BGB Wertersatz leisten? G hat erlangt, dass sie in Höhe von 100 Euro von ihrer Kostentragungspflicht aus § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Gerichtsvollzieherkostentragungsgesetz frei geworden ist. Dafür könnte sie Wertersatz nach 818 Absatz 2 BGB leisten. Der BGH würde einen Erstattungsanspruch dennoch ablehnen. Er geht, ohne die Norm zu zitieren, wohl davon aus, dass der Gläubiger in Bezug auf die Kosten der Zwangsvorstreckung nach 818 Absatz 3 BGB entreichert ist. Zur Begründung wird angeführt, dass die Kosten für den Gläubiger unvermeidbare Aufwendungen seien. Sie seien wie die Erwerbskosten zu behandeln. Nach HM sind Erwerbskosten gemäß 818 Absatz 3 BGB abzugsfähig. Man könnte sich hier allerdings auch gegen den BGH stellen und zum Beispiel argumentieren, dass G die Kosten gemäß 788 Absatz 1 Satz 1 ZBO beim Schuldner S betreiben müsse. Jetzt hat erstmal L gezahlt und müsste selbst bei S Regress nehmen. Am Ende könnte hier vieles vertreten. Halten wir noch einmal das Ergebnis fest. Die Klage des L gegen G ist angesichts der bestehenden Ansprüche aus 280 Absatz 1 241 2 und 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 BGB begründet. Fassen wir das Wichtigste bei der Pfändung einer Schuldnerfremden Sache noch einmal zusammen. Wird wegen einer Geldforderung in die Sache einer dritten Person vollstreckt, kann sich die dritte mit der Drittwiderspruchsklage dagegen wehren. Da der Gerichtsvollzieher die Eigentumslage grundsätzlich nicht prüfen muss, ist eine Erinnerung dagegen unbegründet. Kommt die Drittwiderspruchsklage zu spät, hat die dritte Person keinen Herausgabeanspruch aus 985 gegen den Erwerber. Der Erwerber ist Eigentümer geworden, und zwar Kraft Hoheitsakts. Merkt euch das auf jeden Fall, das steht so nicht im Gesetz. Wenn man in der Klausur anfängt, einen gutgläubigen Erwerb zu prüfen, ist man hier verloren. Andere Herausgabeansprüche bestehen ebenfalls nicht. Wenn gegen den Gläubiger bereits Drittwiderspruchsklage erhoben wurde, sollte diese nach § 264 Nr. 3 ZPO in eine Leistungsklage auf Schadensersatz oder auf Herausgabe des Erlangten geändert werden. Stichwort verlängerte Drittwiderspruchsklage. Folgende Ansprüche haben wir in diesem Video geprüft. Ein Anspruch aus 280 1 zu 41 2 BGB besteht häufig, wenn man mit der Rechtsprechung ein besonderes vollstreckungsrechtliches Schuldverhältnis annimmt. Ansprüche aus GOA scheitern regelmäßig gemäß 687 Absatz 1 BGB an der fehlenden Kenntnis des Gläubigers vom Dritteigentum. Ansprüche aus EBV scheiden aus, weil 771 ZPO nach herrschender Meinung lex specialis gegenüber 985 BGB ist. 823 Absatz 1 BGB scheitert regelmäßig daran, dass der Gläubiger nicht fahrlässig handelte. Fahrlässigkeit solltet ihr nur annehmen, wenn die Dritte ihr Eigentum glaubhaft gemacht hat. Ansprüche aus 816 Absatz 1 BGB scheitern, weil ein Gerichtsvollzieher nicht als Nichtberechtigter verfügt. Auch hier gilt Eigentumsübergang Kraft Hoheitsakts. Die Dritte hat einen Anspruch aus 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 BGB. Um die Kosten der Zwangsverstreckung ist der Gläubiger nach HM allerdings entreichert. Soviel zu Vollstreckung in Schuldnerfremde Sachen. Dieses Video und das Vorangegangene sind die wohl Examsrelevantesten zum Zwangsverstreckungsrecht, weil es im Kern um materielles Recht geht. Ohne Grundwissen über die zwangsvollstreckungsrechtlichen Besonderheiten, Stichwort Eigentumsübergang Kraft Hoheitsakts, steht man in der Klausur auf verlorenen Posten. Ihr wisst jetzt aber Bescheid. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.